Jo Leute und willkommen bei einem neuen Video und Freunde. Heute werden wieder Pakete ausgepackt. Oder eher gesagt ein Paket. Und zwar ist es das letzte Paket, was wir bestellt haben. Zu dem Thema Küchengeräte. Es wird ein trauriger Abschied, Francesco. Aber vielleicht ist da ja was richtig Gutes dabei. Auf jeden Fall. Es ist niemals was Gutes dabei. Auf eine Sache bin ich sogar richtig gespannt. Was? Es geht auch um Sandwiches. Aber wir kommen gleich dazu. Freunde, ich habe mir gedacht, dass ich das heute nicht alleine mache, sondern einfach mal ein paar Leute einlade. Und deswegen begrüßen wir herzlichst Tonia. Schön, dass wir da sein dürfen. Das geht, komm mal. Das geht nochmal. Okay, voll. Okay, sag ich dir mal gleich. So halt. Wir sind gespannt, was da drin ist. Also das ist eigentlich immer dasselbe. Es ist jede Menge Schrott dabei. Und ein, zwei witzige Sachen. Okay. Top, top. Fangen wir einfach mal an. Let's go. Kennst du die Sachen schon? Klar, ich habe sie bestellt. Ah, du hast sie bestellt. Ich dachte, vielleicht hat Falko das nochmal. Dann hätten wir hier ganz sehr würdige Dinge. Okay. Such du eins raus. Ich soll eins raus suchen. Egal was? Egal was. Egal was. Rüchte ich irgendwas direkt an. Ich möchte das hier machen. Okay. Also das ist mir echt nichts Besonderes. Außer eine Lego Brotdose. Ach so. Okay. Also no go. Also, nee real. Es gibt bestimmt so Leute, die Lego halt extrem wollen. Wir sind übertriebene Lego Fans. Magst du Lego? Ich habe damals schon wirklich exzessiv Lego gezockt. Aber es war nicht so weit, dass ich sagen würde, ich würde mir eine Lego Brotdose. Echt? Du? Nee, so. Echt? Ich habe die voll gefühlt, muss ich sagen. Ich habe überlegt, direkt mehrere zu holen, weil dann kann man... Ah, nee, kann man nicht. Kann man die stapeln? Oh, okay, gut. Ja, no go. Weil das wäre halt geil, wenn man sie hätte stapeln können. Aber es ist auch weniger Platz drin. Ja, true. Aber das könnte man mal als Anregung hier an der Stelle erwähnen. Wenn man das stapeln könnte, aufgrund. Maybe. Gut. Schauen wir mal weiter. Guck mal, das könnte doch witzig sein, oder? Ich verkeine Frage, was das ist. Was denkst du, was es ist? Das ist, das steht da drauf. Das ist ein Halter von einem Zahnstocher. Warte mal, holt er den dann automatisch raus? Wahrscheinlich. Warte, lass uns mal schauen. Hier ist ein Zahnstocher. Komm dann einfach da drauf. Mach mal. Oh. Ah. Ah. Okay. Also ist irgendwie süß, oder? Das Ding ist, es fühlt sich schwerer an, als einfach einen Zahnstocher zu nehmen. Findest du? Ich kenne das Problem, wenn man so eine Zahnstocherdose hat und so 1000 Jahre lang schütteln muss, damit ein so ein Ding rauskommt. Oder du öffnest es und dann kriegst du es nicht mehr zu. Ich stelle mir jetzt vor. Auf easy. Stimmt, es geht schon schnell. Es geht schon schnell. Jo. Ja. Für seinen Zweck. Mia, würdest du dir das für zu Hause kaufen? Vielleicht, wenn ich Platz hätte. Also. Es ist schwierig. Es ist schwierig, ob man da jetzt sagt. Das ist eine Empfehlung wert oder nicht. Ich glaube, wäre es wirklich eine richtige Empfehlung wert, hätten wir das direkt gefühlt. Das stimmt. Das stimmt. Das ist gut. Das ist gut. Dann bekommt das Ding auch ein No-Go. Auch wenn es irgendwie echt witzig ist. Ja, man braucht es halt echt witzig. Es ist eigentlich so, wie du schon sagst. Man braucht es nicht. Ja. Man braucht es nicht. Aber guck mal. Wenn man es hat, wird man es jetzt bestimmt auch hier viel nutzen, oder? Das kannst du uns dann ja noch im Nachhinein sagen. Voll, 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 voll. Wir haben einige Sachen, die wir über die Zeit getestet haben. Und bis heute wirklich Sieger ist dieses Auf-Handbehälter-Dings-Bumms-Dings. Ich wollte eben ansprechen. Es ist so praktisch. Beim Kochen kannst du einfach quasi all die Reste runterschieben. Und es fällt nichts auf den Boden. Es verteilt sich nicht auf den Tisch. Das ist schon wirklich Hammer. Machen wir weiter. Mia, 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 komm. Mia, super. Komm, ich mach mal das Paket hier. Ah, cool. Ich fand das auch optisch eigentlich ganz geil. Mach es mal auf, Mia, komm. Das ist cool. Das ist schon cool. Also, ich glaube, das könnte man gebrauchen. Das so? Ist das so? Ist das so? Macht das Sinn? Nee, auf die andere Seite, oder? Ja, ich würde mal auf die andere Seite, ja. Ich brauche manchmal Sachen links auf. Aber Mia macht das immer so, dass man es im Endeffekt nicht merkt. Weißt du, wofür es ist? Ich weiß es. Du? Ich... Nee, kann ja noch. Was würdet ihr denken, Leute? Wonach sieht das aus? Es ist eigentlich richtig stupide. Lösst du auf? Was ist es? Also, ich denke, es ist ein Toilettenpapier. Rollen, Halter, Denk, sowas. Aber theoretisch könnte man es auch für Toilettenpapier sind. Das ist stimmt. C, war? Küchenrolle. Ja. Habt ihr Küchenrolle einfach so rumliegen? Ja, ne? Und, was sagt ihr? Das ist cool. Eigentlich schon, ne? Ich finde, optisch sieht das auch nicht schlecht aus, oder? Müssen wir uns kurz mal eine Realität testen. Aber man wieder. Volk hat irgendwo hingepisst. Das kann ich gebrauchen. Das ist so heiß, ey. Also, ich finde es cool. Ich finde, es sieht geil aus. Ich finde, wenn man so einen Look fährt, wo auch immer man das dann hat, in der Küche, oder? Ne, im Bett. In der Geschwaffe. Könnte das cool sein? Doch. Ich würde dem, ich würde dem ein Go. Ich glaube auch. Ich glaube, der macht sich hier. Guck mal. Der steht hier so einsam und alleine. Okay. Macht jetzt irgendwie das mal gut aus, jetzt. Neulatz, oder? Upgrade. Kann man machen. Okay. Go, Freunde. So. Das war das erste jetzt, was ein Go-Go war. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt haben wir direkt zwei Sachen, die wir in Kombo testen können. Und zwar, erklär mal, was das ist. Das ist ein Gerät, was... Ach, aha. Das kann Dinge klein raspeln, wahrscheinlich, beim Fahren. Ach ja. Seht ihr diese Klinge da drin? Lass es mal direkt testen. Komm. Es hat auch immer sehr, sehr gute Bewertungen gab. Ja, das wäre jetzt geil gewesen, wenn er die auch automatisch geschält hätte. Nögt ihr Knoblauch? Das ist nicht so geil. Ich liebe Knoblauch mit. Ich könnte alles mit Knoblauch essen. Das ist so schlimm. Cola mit Knoblauch gespuckt. Okay, und das kommt jetzt hier rein zu... Da haben wir es lange gezogen ist. Ah, ja, genau so. Ah, stark. Stark. Okay. Ja, ist auf jeden Fall krass fein. Kann man das jetzt gut entleeren? Das ist echt eine gute Frage. Das darf man machen vor allem. Ah. Oh. Hm. Da haben wir schon gemerkt. Da ist das Entlernen schwierig. Entlernen ist auf jeden Fall nicht so einfach. Slash, ich glaube, das macht auch nicht so Bock, sauber zu machen. Aber er zerhackt auf jeden Fall den Knoblauch. Wobei man den auch echt gefühlt noch schneller einfach mit dem Messer klein schneiden kann. Das ist halt echt zu... Der Vorgang ist entspannter, als damit zu machen, weil wir nur so ein bisschen so machen. Wenn ihr viel Spaß am Spülen habt, dann ist das auf jeden Fall etwas für euch. Ja. Zu viele Umwege, um Knoblauch klein zu machen. Jetzt aber die große Frage, und darauf bin ich richtig gespannt. Kennt ihr das hier? Das ist eine Anti-Geruchseife aus Edelstahl. Kennst du den Lifehack, wenn deine Finger nach Knoblauch riechen? Dass man den quasi hier am Wasserhahn so reiben kann und sie riechen dann nicht. Und das ist quasi in Ei-Form. Und du wäschst ja damit die Hände und der Knoblauchgeruch geht weg. Riecht meine Hände nach Knoblauch? Extrem. Schon, ne? Extrem. Ich bin gespannt. Ich kann es dir auch schwer vorstellen. Aber hast du das Gefühl, irgendwas passiert da? Nö. Ich treib halt einfach meine Finger an Metall. Ich bin jetzt übelst gespannt. Ich bin gespannt, irgendwie. Was es so ein Produkt dafür gibt. Nur wenige Minuten später. Also länger sollte ich ja nicht mehr reiben, oder? Also so lange. Okay. Seid ihr ready für den großen Geruchstest? Jetzt kommt. Ja, riecht nicht. Es riecht, es riecht noch was anderem. Es riecht wirklich nicht nach Knoblauch. Es riecht nicht mehr nach Knoblauch. Es riecht relativ neutral. Ja, stimmt. Aber es ist halt wirklich weg, ne? Crazy. Also das bekommt ein Go-Go. Dann hat das ja wirklich einen Nutzen, also richtig guten Nutzen. Eigentlich schon. Wie oft hat man das, das Finger nach irgendwas? Auch nach Zwiebeln und... Leute, wenn ihr ab jetzt nicht mehr mit stinkenden Fingern rumlaufen wollt, das ist ein Go von uns. Anti-Gerufs-Seife. Crazy. Was das aber sei für den Antrieb. Macht echt keinen Sinn. Aber doch irgendwo auch schon. Irgendwo schon. Ja. Weiter geht's. So, jetzt kommen wir zu einem richtig interessanten Produkt, okay? Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Was hast du uns jetzt mitgebracht? Ihr wisst auch, dass ich eine gewisse Liebe zu Sandwiches habe. Minimal. Und jetzt habe ich etwas gefunden, was ich richtig interessant finde. Und zwar... Das hier verspricht geile Sandwiches aus der Mikrowelle. Was? Glaube ich auch nicht. Aber das Problem bei der Mikrowelle ist, wenn du ein Sandwich in die Mikrowelle haust, wird es halt sau-sau-weich. Und das soll dagegen wirken. Das heißt, wie es funktionieren könnte, ist, dass irgendwas dort heiß wird, was das Bugding simuliert. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Lass es uns einfach mal anschauen. Aber das könnte echt ein heftiges Produkt sein. Für alle Leute, die quasi keinen Sandwich-Maker haben, machen wir einfach ein normales Gäsel-Sandwich-Cross-Test. Das Ding ist, Sandwich-Maker kannst jetzt so 10 Euro Mikrowelle so 50. Ja, aber du hast wahrscheinlich eher eine Mikrowelle zu Hause als einen Sandwich-Maker. Also, was ich auf jeden Fall faszinierend finde, es ist ordentlich schwer. Dafür, dass da ein Sandwich reinkommen soll. Oh. Ah, lol. Oh, oh. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist heftig. Okay, okay, okay. Ich glaube daran. Ich glaube daran. Das macht schon Sinn. Das macht übrigens auch Kartoffeln und Eier. In 5 Minuten anscheinend. Ah, aber man muss Butter an die Außenseite des Brotes machen. Okay, nach der Hälfte muss man es einmal drehen. Hier ist Butter. Seid ihr Butter-Fans? Ich weiß nicht, wie viel Fan man von Butter sein kann. Also, ich mache immer viel Butter. Ich liebe halt so gesalzene Butter. Ja, das ist richtig geil. Ich habe letztens in einem Video von Monte gesehen, dass er gesagt hat, Butter ist unnötig, es fack so. Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Ist schon ein krasser Geschmacksträger, ne? Eigentlich. Okay, und jetzt die andere Seite. Der ist schon heftig. Also, wenn das funktioniert, für die Mikrowelle, ist krass. Wenn das kross ist und geil ist, dann wäre das rein theoretisch uhr, öfters zu holen. Noch irgendwas drauf? Ne, machen wir einfach so, ganz simpel. Macht ihr Sandwich die Packung wieder richtig zu oder? Macht ihr auch einfach... Ich drehe das? Ja, ich drehe das. Ja, das macht jeder. Meine Mutter hat immer damals noch gestanden, dass ich das zu klippig habe und gesagt habe. Okay, das wird jetzt hier reingedrückt. Okay. Fünf Minuten, nach der Hälfte der Zeit müssen wir einmal drehen. Bis gleich. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Wann wird das was? Wahrscheinlich ist das Schweine heiß. Okay, es dampft schon leis. Verbrannt. Das ist einfach so ein schwarzer Klumpen, der das rauskommt. Das ist echt gut. Das kann man abpassen. Oh mein Gott. Krass. Das sieht schon echt gut aus. Das ist ein Sandwich, Sandwich, so wie man es sich vorstellt, oder? Ja. Wir müssen das einmal aufschneiden und gucken. Ja, safe. Das sieht aber schon gut aus. Also die Butter hat ihren Zweck erfüllt. Auf jeden Fall. Vielleicht ist es aber auch nicht kross. Ich glaube nicht. Das sieht so aus, aber. Das sieht ein bisschen... Oh leu. Doch, das ist kross. Ich glaube, probieren ist das Schlauste, was man da machen kann. Junge, ist das heiß, Alter. Drei, zwei, eins, go. Das ist kross. Das ist kross. Krass. Das ist echt ein heftiges Produkt, muss ich sagen. Das schmeckt mega. Es schmeckt... Also ich finde nicht, dass es so von der Art ist wie bei einem normalen... Es ist ein bisschen anders, aber irgendwie geil. Vielleicht liegt das an der Butter. Eigentlich sind es ja sozusagen dieselben Platten. Theoretisch schon, ja. Aber ja, meine Befürchtung war, dass es halt sehr, sehr so suffig wird. Null der Fall. Null. Mega gut. Ich habe zwar auch anderen Produkten schon ein Go gegeben, aber das ist bisher das bestes Go. Ja. Das würde ich selber benutzen. Schon, ne? Ich habe auch immer das Gefühl, dass Sandwich-Toaster zu reinigen immer so richtig nervig ist. Und das sieht so aus, als könnte man das so... Easy schnell machen, ne? Easy schnell machen. Das ist echt geil. Heißer Käse ist so gefährlich. Stell dir vor, du fällst in einen Topf voll heißen Käse. Traumhaft. Wollte ich sagen? Bis gleich. So, Speed-Runde. Jeder kriegt eins. Wir testen drei Produkte gleichzeitig. Eins, zwei und drei. Was hast du? Ist das was für die Küche? Ich bin mir gerade unsicher. Ich habe ein Gemüseanspitze. Nimm dir mal einfach so eine Zucchini. Vorsichtig, Leute. Soll ich das hier reinstecken, weil dann wird das so ein bisschen... Oder fang mal mit einer Möhre an. Ich glaube, die muss vorher geschält werden. Ah, die hat doch hier diesen Schäler noch, ne? Ach ja. Das krass. Was hast du da, Mia? Ich habe eine Schere. Ich weiß aber nicht, für was die gedacht ist. Wieso? Stufenschnitt. Das ist eine Gemüseschere. Nee, eigentlich. Ah. Wie gut. Das ist ja krass. Praktisch. Jetzt bin ich gespannt. Das klappt. Naja. Ich glaube, da bin ich mit dem Messer schneller. Ich nehme mal weniger. Weil mit dem Messer geht das ja richtig schneller eigentlich. Ein bisschen weniger geht es auch. Ah, ist eigentlich geil, dass man direkt so fein den Schmittlauch geschnitten deckt. Aber es sieht anstrengend aus gerade. Ich dachte auch, dass es irgendwie smoother geht. Und das fliegt halt überall rum, weißt du? Ja, ja. Also ist nicht die schärfste Schere der Welt auf jeden Fall. Aber erfüllt schon Sinn und Zweck. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich muss richtig drücken und richtig tief reinstecken. Ich drück das Blatt hier raus. Der ist halt echt nicht gut verarbeitet, wie es aussieht, ne? Du hast ihn ge*****t. Oh, das ist wack. Schere, ehrlich, hat Potenzial, aber auch. Ich habe die aber schon in ein paar Küchen gesehen. Also meine Mutter hat so eine auf. Vielleicht gibt es die auch in besserer Qualität. Ja, das kann sein. Aber die ist neu gekauft. Das würde gar keinen Sinn machen, dass ich sie jetzt schon schärfen müsste. Dann haben wir hier das letzte. Und da bin ich richtig gespannt. Freunde, ihr kennt das doch. Spülen ist einfach eine Drecksaufgabe. Jeder hasst Spülen, ne? Sind das so Spülhände? Ja. Eigentlich könnte heftig werden, oder? Zieh mal einen an. Ich hasse das. Kennst du das, wenn man schon so heller alles drin hat, das Wasser reinglauft? Da ist so die Plürre überhaupt drin. Allein mit der Hand reinzugreifen ist schon ekelhaft. Stell dir vor, du machst da bitte was anderes. Ich wollte gerade sagen, das könnten auch Massagehände sein. Ja, Massage. Aber jetzt mal real. Kann ich mal testen, ob du spülen? Wir haben hier genug dreckigen Kram. Guck mal. Wir haben den klassischen getrockneten Käsefall. Siehst du den? Spüle habe ich in meiner Hand. Und jetzt eigentlich nur. Alter, das fühlt sich schon gut an. Voll. Also das Messer glänzt. Alter, das funktioniert. Funktioniert sogar richtig gut. Ich hatte noch nie so viel Spaß beim Spülen. Das funktioniert richtig, richtig gut. Ich feier's gerade wirklich mega. Wir spülen halt wirklich viel bei uns. Okay. Manchmal auch nicht. Aber damit würde es ja viel einfacher gehen. Schon. Und es ist halt irgendwie nicht so eckerhaft, weil man irgendwie gleichzeitig Handschuhe anhat. Es ist fucking geil. Ich will weiter machen. Alles klar. Es bekommt auf jeden Fall ein Go. Toni spielt auf jeden Fall noch zu Ende. Und gleich kommen wir zum letzten Produkt. Let's go. Freunde, das ist wirklich heftig, was jetzt kommt. Die Sache ist, in meiner Kindheit hätte mir das Wochenanzeit gespart. Ich weiß grob, worum es geht. Deswegen habe ich auch eine Idee, was es sein könnte. Okay, also, hier ist das gute Ding. Aber wir testen das nicht alleine. Und zwar haben wir einen Kartoffelliebhaber-Kartoffelexperten eingeladen. Achso. Und wir begrüßen alle herzlich tief. Jetzt bin ich der Kartoffel-Experte. Lu hat mal Jahre lang jeden Tag Kartoffeln gemacht. Deswegen kenne ich mich zumindest mit Kartoffeln-Essen aus. Okay, okay, okay. Darf ich raten, was es ist? Ich glaube, dass es ein Kartoffelschäler ist. Es ist eine, und ihr seid schon richtig, Kartoffelschießmaschine. Ich hätte sie mir damals Zeit gespart. Ich kann ja nicht alle werfen. Eine automatische Kartoffelschälmaschine. Boah, das ist so geil. Also, eigentlich müsste das ja mega das Ding sein, oder? Wenn das klappt. Ich musste damals samstags immer für meine Mutter Kartoffelschälen. Ich wurde so richtig verdonnert, so. 16 Uhr kommen Gäste, let's go, 3 Kilo Kartoffeln. Und du stehst und schälst. Ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, ich mache alles, aber nicht die Kartoffeln. Ich habe das gehasst. Okay. Ich würde mal sagen, wir brauchen keine Bedienungsanleitung. Wir versuchen einfach mal selber herauszufinden, wie es funktioniert. Ich glaube, die werden dann einfach geschleudert. Und dann durch die Reibung am Rand, an diesen Dingern, nach unten, wird das langsam abgehobelt. Das muss ja auch irgendwie dann so aussortieren. Was ist das hier? Das ist quasi nur der Motor. Und hier kommt das drauf. Ja, okay, hier. Aber kommt dann dort Wasser auch rein? Okay, wir brauchen doch die Bedienungsanleitung. Ja, Wasser auf jeden Fall. Wasser auf jeden Fall. Lass einfach machen und direkt zur Stirn. Vor dem Braut, bitte reinigen Sie die Schüssel und die Waspel, ja. Ja, ich denke nicht, ich mache das nicht. No one ever. Füllen Sie zwei bis drei Tasten Wasser in die Schüssel und die Maschine benötigt ca. 2 bis 4 Minuten für einen Schälvorgang. 2 bis 4 Minuten, das ist krass schnell. So, ja, im Endeffekt, let's go. Einfach reinstecken? Ja. Pack da einfach mal, da stand ja, dass einfach alles bedeckt ist. Ey, wenn das funktioniert, ich glaube, wir auch nicht. Das wäre halt so ein Segen, wenn das funktioniert. Dann würde ich in Zukunft viel mehr Kartoffeln essen. Ja, ich liebe Kartoffeln. Ja, ja, ja. Dieses Scheren ist halt echt im Nachbarprozess, ja. Okay. Wow. Alter, es funktioniert. Es funktioniert. Okay, wir sehen uns in drei Minuten wieder. Bis gleich. So, zweieinhalb Minuten sind um. Also, was auf jeden Fall kacke ist, zeigt das man mal. Guck, komm, komm, komm mal hier. Es ist halt die ganze Zeit so Kartoffelschaum hier rausgeflossen, ne. Also, sauber machen wird auf jeden Fall ekelhaft. Aber ich bin gespannt, ob die wirklich jetzt geschält sind. Mach auf. Okay. Alter, sie sind. Aber was geht? Alter, die sind komplett geschält. Keine, keine Stelle. Aber an sich, da ist wirklich, wirklich alles von geschält. Dieser Schaum, Alter. Ja, der Schaum geht halt voller. Aber ja. Das ist crazy. Lass mal aufholen. Guck mal. Das waren jetzt echt nur zwei Minuten. Ja. Das war sogar schneller als auf der Bedienungsanleitung. Jetzt überleg mal, wie das damals für dich war. Wie viel du in zwei Minuten geschafft hast. Krass, ne. Ja. Go. Alter, ich finde das mega go. Ich finde auch. Schon krass eigentlich. Man kann noch gucken wegen der Entsichtung und sowas. Aber an sich top. Ja, ich meine, ich habe jetzt auch die günstigste Variante genommen. 30 Euro hat das, glaube ich, gekostet. Und dafür... Das spart viel Zeit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Und das war's jetzt auch mit dem letzten Amazon Küchengeräte-Video. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo. Da aktiviert die Glocke und schaut natürlich hier bei all diesen wunderschönen Menschen vorbei. Freunde, wir sehen uns. Ach ja, und wir haben auch eine Jurodrehe. Ja, wir haben auch ein Video. Das könnt ihr jetzt direkt auch angucken. Eigentlich will ich gar nicht zu viel verraten, weil es so ein Turnierding ist. Aber auch anders so. Wir sehen uns gleich. Bis gleich.